Der Bull Terrier ist eine Kreuzung zwischen der englischen Bulldogge, alten Typs, dem White English Terrier, der in England um 1880 ausgestorben ist, und dem Dunmartiner. Der Standard Bull Terrier wird in den meisten Bundesländern in der Liste der gefährlichen Hunde aufgeführt. Das bedeutet, dass der Import und die Zucht in diesen Bundesländern verboten sind. Des Weiteren sind an die Haltung besondere Bedingungen geknüpft. Durch einen Wesenstest kann der Hund von den Maßnahmen befreit werden. Für Bull Terrier gibt es im Rassestandard keine Größen- oder Gewichtsbeschränkungen. Forderung ist ein ausgewogener Körperbau mit einem Maximum an Substanz. Typisch ist der von der Seite betrachtete eiförmige Kopf mit der sogenannten römischen Nase. Vom Erscheinungsbild ist der Bull Terrier kräftig gebaut, muskulös und aktiv. Ins Wasser springt er mit Vergnügen und zeigt auch hier seine lebhafte Seite. Der Bull Terrier ist darüber hinaus für fast jeden Sport geeignet. Als Sportler beim Agility nimmt er sämtliche Hürden. Mit der richtigen Anleitung weiß er, was zu tun ist. Tag täglich sollten genug Auslauf und Beschäftigung auf dem Plan stehen, denn auch ein Hund braucht Aufgaben. – Begnügen – Begnügen – Begnügen – Begnügen Untertitelung des ZDF, 2020